Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Topra-Tret Spezial. Heute haben wir Montag, den 16.05. Heute drehen wir eigentlich gar nicht, aber wir müssen oder wir dürfen heute schon die Wohnung für die Location am Mittwoch einrichten und ja, ich fahr jetzt mal los, die Hannah abholen, denn die hat ein paar Requisiten und ich würde sagen, wir sehen uns später. Tschüss! Leute, jetzt willkommen im nächsten Schnitt des Videos. Ich habe die Hannah abgeholt und mein Erschbus. Alter, ich mache hier ein Video, man. Ich brauche guten Ton. Leute, echt, ey. Ja, und wir laden jetzt... Ich möchte dich ja nicht drängen, aber es regnet. Doch, wir chillen jetzt einfach ein bisschen. Ja, wir laden jetzt das Auto aus, dann gehen wir in die der Bude und richten die ein und dann sehen wir uns später. Tschüss. Wir warten gerade auf Niklas und Jojo. Ohne, die können wir nicht anfangen. Und ich bin so müde. Willkommen. Merkt man kaum. Jojo, Leute. Herzlich willkommen. Die Location kennt ihr vielleicht noch aus einem täglich Tobra. Haben wir ja auch schon gefilmt gehabt. Und ja, wie Hannah schon gesagt hat, wir warten auf Niklas und Johannes. Ja, aber die brauchen noch ein bisschen, da Johannes irgendwie im Verkehr war. Also im Verkehr stecken, ich habe keine Ahnung, was er da hat. Ja, weiß es doch nicht. Ja, der Quantum, der hat ja geschrieben, dass er mit den Charakteren ein bisschen durcheinander kommt, die gerade so vor der Kamera rumlaufen bei mir. Und aufgrund dessen habe ich beschlossen, dass ich jetzt in den nächsten paar Tobra Drehts die Leute vorstellen werde oder sie sich selber vorstellen lasse. Und ich würde sagen, im nächsten Schnitt fangen wir dann auch schon damit an. In dem Sinne, sehen wir uns später. Tschüss. Oh, Leute. Oh, da war die Stimme kurz weg. Ja, hier im Hintergrund, seht ihr, die beiden sind am Arbeiten. Wir natürlich mal wieder nicht. Ganz normal. Können ja die Autos arbeiten nicht. Licht arbeitet auch nicht seit 1983, seit 15 Jahren. Sind es 9, 10, 3 und 8. Klappt das bei euch, oder? Ja, ja, wir diskutieren nur gerade, was wir jetzt gleich machen. Wie ihr es macht. Wie sie es machen. Weil ich finde es auch sehr erotisch, wie Hannah über den Brettern liegt und stöhnt, während sie die Schrauben reinmacht. Ist schon etwas seltsam, so. So, wir können jetzt aber mal anfangen, dass sich die Leute hier vorstellen. Ich drehe einfach mal die Kamera. Du willst jetzt euch mich vorstellen? Na klar. Wo bist du und was machst du? Ich bin der Johannes Duppe, Johannes Rupp und ich mache... Zweiter Tonassistent. Und habe jetzt gerade die Bretter hierher transportiert. Das war's nicht. War's schon, glaube ich. Ist gut, kennst du nicht. Es war so schön so, ich muss den Bildschirm kurz nehmen, ja, auf Trick 17 so. So, ja, da habt ihr es, der Johannes, der macht Zweiter Tonassistent. Ja, und die anderen stellen sich später vor, in dem Sinne. Bis später. Tschüss. Wer bist du und was machst du beim Dreh? Okay. Ich bin ZAL und ich bin Niklas Bremer. Beides. Tio, Leute, herzlich willkommen im nächsten Schnitt dieses Topradrehs. Ich bin gerade wieder auf der Heimfahrt. Ähm, ja, wir waren doch ein wenig schneller fertig, als ich gedacht hatte. Aber ich habe ja gesagt, es ist so ein kleines Special Topradreh, da kann das auch mal ein bisschen kürzer sein. Alles cool. Ähm, ja, ich würde sagen, heute beenden wir mal den Vlog aus dem Auto. Ja, darfst du ruhig reinfahren? Fahne, gar kein Problem. Geht schon, klar. Ja, wir beenden den Vlog hier an dieser Stelle. Ich würde sagen, wenn euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Bis dahin, haut rein. Fuau.